Wir kommen damit zum nächsten Thema. Ein sehr anderes Thema als jetzt hier der Europarat. Es geht um die Quantentechnologie. Bei der Quantenphysik werden Naturgesetze im kleinsten Bereich beschrieben, also wie sich Elementarteilchen, Atome, winzige Objekte verhalten. Und das ist oft so kompliziert, weil es dem gesunden Menschenverstand widerspricht, wie eben diese Gesetze der Quantenphysik dann sind. Und trotzdem werden diese Gesetze der Quantenphysik jetzt schon eingesetzt. In Computern gibt es zum Beispiel die Quantencomputer, die ja besonders schnell arbeiten können, weil sie eben nicht nur in 1 und 0 rechnen, sondern auch dazwischen. Mario Brandenburg, der Parlamentarische Staatssekretär beim Bundesministerium für Bildung und Forschung, nun hier am Podium. ... mit Ihnen das Handlungskonzept Quantentechnologien zu diskutieren. Denn Quanten sind an sich ein faszinierendes, nicht ganz einfach verstehendes Gebilde. Denn während für viele in der digitalen Transformation schon die Welt in Einsen und Nullen komplex ist, gibt es da noch so spannende Dinge wie Superpositionen, Quantenverschränkungen und vieles mehr. Keine Angst, es wird kein Fachvortrag, aber auf einiges davon werde ich noch zurückkommen. Und neben dem spannenden Forschungsthema, das es ohnehin schon immer war, ist es aber am Ende des Tages auch ein hart umkämpfter Markt, ein hart umkämpfter Transfermarkt, der tief rein bis in die Souveränität oder in die digitale Souveränität eines Staates führen kann. Und aus diesem Grund hat das Kabinett das Handlungskonzept Quantentechnologien auf den Weg gebracht. Und ich möchte es Ihnen heute in drei Säulen vorstellen. Zum einen wirklich eine relevante und wichtige Säule, eben schon angesprochen, das ist der Transfer. Wie bekommen wir Quantentechnologien in die Anwendung? Und hier wird immer sehr oft und schnell über den Quantencomputer gesprochen. Natürlich faszinierend, werde ich an der Stelle auch noch tun. Aber es gibt eben viele Vorbereiche, wie die Quantensensorik, Quantenkommunikation, wo wir durchaus zum einen schon Produkte im Markt haben, aber eben Forschung auch schon an der Stelle ist, in den Markt einzutreten. Und es liegen große Potenziale auf diesen Bereichen, beispielsweise Quantensensorik. Während es beim Quantencomputer schwierig ist, diese Qubits zu kontrollieren, ist genau das der Effekt, den man sich in der Quantensensortechnik zunutze macht. Nämlich Abweichungen früh zu erkennen, das kann dann helfen, beispielsweise in der Krebsdiagnose, aber auch hin bis zur Kampfmitteldetektion. Und ich glaube, allein diese Bandbreite zeigt, wie wichtig es ist, dass wir uns diesem Thema annehmen. Die Quantenkommunikation, vielleicht noch ein weiteres Beispiel. Durch die vorhin angesprochene Quantenverschränkung ist es eben möglich zu sehen, wenn Informationen bei der Übermittlung ausgelesen wurden. Das hört sich jetzt vielleicht erst mal nicht so spannend an. Das ist vielleicht auch für konservative Abhörfreunde, nämlich das Eranfang vom Ende. Das ist eine großartige Nachricht für die informationelle Selbstbestimmung, wenn ich sicher sein kann, dass Informationen bei der Übertragung nicht mitgelesen werden. Und so sehen wir, warum diese Themen eben auch für eine Souveränität eines Staates relevant sind. Und auch hier sind wir zum Glück in der Forschung vorne mit dabei. Und auch dies wird dieses Handlungskonzept stärken. Keine Rede über Quanten, ohne über den Quantencomputer an sich zu sprechen. Und es ist wahr, dass an dieser Stelle natürlich US-amerikanische Firmen stark im Lied sind, durch die Verzahnung eben auch der Wirtschaft mit der Industrie und der Forschung. Und warum sollten wir an dieser Stelle nicht auch lernen? Denn auch beim Quantencomputer ist das Rennen auf keinen Fall gelaufen. Es sind noch viele Technologien im Umlauf. Deswegen ist die zweite Säule dieses Konzeptes eben auch Grundlagen vorzubereiten für zukünftigen Transfer. Und ohne jetzt zu tief abzutauchen, beim Quantencomputer dreht sich noch darum, wie es überhaupt, welches Architekturdesign sich durchsetzt. Supraleiten, Ionenfalle, Kernspinnen. Ich sehe schon, das große Faszination löst das aus. Aber das sind verschiedene Wege, die eben alle noch zur Debatte stehen. Und deswegen ist es wichtig, mit unserem Programm die ganze Breite in der Forschung abzudecken. Vielleicht einige frühe Fehler nicht zu machen, aber dann zusammen auch mit der Wirtschaft und der Industrie, wenn es klar ist, welche Technologie sich in welchem Feld durchsetzt, zusammen zu scalen, um die vielen Erkenntnisse unserer Forscherinnen und Forscher dann am Ende auch auf die Straße zu bringen. Und der letzte Bereich, das ist ganz einfach, das Ökosystem drumherum, die Rahmenbedingungen zu schaffen, dass all dies hier passieren kann. Und ich will an der Stelle sagen, dass dies ein Handlungskonzept der Bundesregierung ist. Deswegen geht da auch der Dank an die Mitarbeitenden Ressorts an der Stelle. Wer mal wirklich reingeschaut hat ins Konzept, das sind einige, denn es wird alleine nicht gehen. Und ich schaue an der Stelle zum BMWK, die gerade an der Verzahnung eben von Wissenschaft und Wirtschaft mit dem DLR einen Player haben, der da natürlich Start-ups fördern kann, der Private-Public-Partnerships befördern kann und der einfach auch mal selbst im Sinne von Start als Ankerkunde oder First Customer, wie man es nennen würde, dort tätig zu werden. Das sind wichtige Teile bis Fachkräftegewinnung, BMAS, denn nicht alles, was Quanten ist. Und auch da sehen wir einen Unterschied, braucht dann Quantenphysiker. Es ist ganz viel Kühltechnik, Modularisierung. Also das geht bis tief eigentlich in die berufliche Bildung. Wenn wir dort alle Potenziale heben wollen, dann brauchen wir alle Hände. Die internationale Verzahnung, Frau Präsidentin, soll erwähnt sein, wird aber zum Ende führen. Deswegen ist auch die Verzahnung mit der EU wichtig. Hier liegt eine runde Sache vor Ihnen. Ich freue mich auf die Debatte und auf das Lob von der Opposition und bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. Mario Brandenburg, der Parlamentarische Staatssekretär beim Bundesministerium für Bildung und Forschung, hat hier die Debatte zum Handlungskonzept der Bundesregierung zur Quantentechnologie eröffnet. Auf ihn folgt nun Thomas Jatschomek für die Union. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, Quantentechnologien sind absolute Schlüsseltechnologien und sind wichtig für die technische Souveränität Deutschlands. Deshalb ist es gut, dass die neue Bundesregierung die Strategie der alten Bundesregierung fortschreibt. Und das möchte ich ganz ausdrücklich hier loben. Und ich möchte auch sagen als zweiten Punkt, ich bin auch ein Stück weit stolz auf das, was wir hier in den letzten Jahren erreicht haben. Deutschland ist hier nicht nur führend in der Forschung, hat viele Nobelpreisträger, andere Dinge, sondern wir haben hier auch ein Ökosystem aufgebaut. Und es gab in der alten Bundesregierung eine sehr intensive Diskussion über die Frage, ob man im Forschungs-, sage ich mal, Elfenbeinturm, einen Quantencomputer Fullstack baut oder ob wir auf den Platz rausgehen, wo es heute schon Firmen und Technologien gibt und dort als Ankerkunde Dinge kaufen. Und das ist uns ganz gut gelungen, glaube ich, wenn ich das jetzt sehe. Wir haben aus den zwei Milliarden, die wir hier aus dem Corona-Programm bereitgestellt haben, und übrigens hätte ich mir das gewünscht, dass jetzt auch aus den Paketen in der aktuellen Krise auch mal Geld für Forschung in die Hand genommen worden wäre. Jedenfalls haben wir in der Corona-Phase zwei Milliarden in die Hand genommen. Und aus dem Programm haben wir 740 Millionen für das DLR gegeben, um Start-ups Aufträge zu geben. Das sind Firmen wie zum Beispiel Plan QC, die jetzt gerade einen Auftrag über 29 Millionen bekommen haben. Und was der Nutzen davon ist, beschreibe ich mal. Da gibt es ein kleines Start-up an der Uni Siegen, Elektron. Und da hat ein Wagniskapitalgeber einen kleinen Betrag investiert. Und als die den Auftrag vom DLR jetzt bekommen haben über 7 Millionen Euro, wurde von dem Investor auch noch mal 7 Millionen Euro ko-investiert. Und so funktioniert kluge Forschungspolitik, dass wir nicht alles alleine machen, sondern dass wir unsere Gelder auch hebeln. Und ich glaube, dass das hier gut gelungen ist. Ich will IQM nennen, die den Auftrag bekommen haben für das Leibnizrechtenzentrum bei München und hier einen Auftrag für 40 Millionen Euro bekommen haben. Und das hat auch dort geholfen. Massiv Wagniskapital zu sammeln ist das bestfinanzierte Quanten-Start-up in Europa. Also, dieser Weg ist gut. Dieser Weg muss aber auch weitergegangen werden. Und das fehlt mir in dieser Strategie, will ich deutlich sagen. Über diese 600 Millionen jetzt für die Start-ups gibt es keine Weiterentwicklung. Und es sind Aufträge vergeben worden. Man kann mit dem Geld die Maschine nicht bauen. Und jetzt kommt der nächste Punkt. Ich habe aus der Rede, lieber Mario Brandenburg, nicht verstanden, wie ihr die Dinge eigentlich machen wollt. Und das ist das Problem. Wenn jetzt hier die Überschrift ist in allen Zeitungen, bis 2026 wird ein Quantencomputer gebaut, stelle ich mir die Frage, ja wie? Und wer soll das machen? Steht in diesem Konzept jedenfalls nicht drin. Ich finde, das ist aber wirklich die zentrale Frage. Vergebe ich jetzt Aufträge an Start-ups oder gebe ich einen Auftrag an Siemens oder an wen auch immer? Oder soll es Helmholtz selber bauen? Das ist die ganz entscheidende Frage, ob das gelingt oder nicht gelingt. So, und dann muss man die Frage mal lösen, will man jetzt eigentlich wirklich die ganze Maschine bauen? Können wir das? Sind wir in Deutschland tatsächlich groß genug, um hier mit Google und IBM in Konkurrenz zu treten? Oder ist es nicht klüger, auf einzelne Komponenten zu setzen? Beim Personal Computer gibt es ja auch Firmen, die riesig geworden sind. Nvidia mit Grafikkarten, Microsoft mit Betriebssystemen. Also müssen wir die ganze Maschine bauen. In diesem Programm der Regierung findet sich mal das eine, mal das andere. Ich glaube, Sie sind sich nicht klar, was Sie hier machen wollen. Sie sollten sich klar werden. Dann, das dritte ist der Punkt Software. Software kommt hier völlig unter die Räder. Es steht irgendwo hinten noch im Anhang. Ich lese immer nur von Hardware, Hardware, Hardware. Software ist super, super wichtig. Wenn Sie den Kopf schütteln, reinschreiben. Wäre mein Vorschlag. So, und dann muss man auch noch mal gucken, was das DLR eigentlich am Ende macht. 140 Millionen für die Bewirtschaftung ist viel. Kann man nicht, wenn es jetzt weiterentwickelt wird, wissen, da ist, den Overhead senken. Wie funktionieren die Rechte, die IP? Mir sind zahlreiche Leute untergekommen, die haben gesagt, so wie er die Rechte verteilt, ist das für uns unattraktiv. Ich glaube, da muss man unbedingt dran. Und es muss technologieoffen sein, Stichwort supraleitend. Und man muss auch noch mal gucken, dass der Fokus wirklich auch auf unsere Start-ups geht und nicht auf welche aus Drittstaaten. Also, es gibt hier einiges zu tun. Gut, dass Sie es fortführen. Aber die Liste der Aufgaben ist da. Und ich fände es gut, wenn wir darüber im Ausschuss noch mal diskutieren und wenn wir hier am Ende auch zu einer wirklichen Weiterentwicklung kommen. Vielen Dank. Für die SPD-Fraktion hat nun Holger Mann das Wort. Sehr geehrte Frau Präsidentin! Sehr geehrte Damen und Herren! Wir diskutieren heute erstmals ein Handlungskonzept Quantentechnologien der Bundesregierung. Und weil das Thema, sieht man ja auch hier im Plenum, ein Stück weit ein Fachthema ist und vermutlich noch nicht an jedem Frühstückstisch diskutiert wird, ein paar Worte dazu, was Quanten eigentlich sind, auf denen diese Technologien beruhen. Quanten sind subatomare Teilchen. Im Unterschied zu Atomen sind sie aber nicht teilbar, sondern die kleinste physikalische Einheit, die wir kennen. Sie sind etwa nur 0,2 Nanometer groß, also nur etwa ein 250 Tausendstel eines Haares dick. Um Ihnen dieses Größenverhältnis etwas plastischer zu machen, würden wir jetzt mal annehmen, dieses Haar wäre so breit wie die Erde, dann wäre das Atom so groß wie unser Plenarsaal. Ihre Fantasie kann noch folgen? Sehr gut. Der Atomkern hier im Zentrum wäre ungefähr so groß wie eine Stecknadel. Und die Quanten nun? Die Quanten würden sich winzig klein zwischen dem Zentrum hier am Redepult und dem Ausgang unseres Plenarsaals bewegen. Stellen Sie sich also Quanten für einen wirklich kurzen Moment wie glückliche Abgeordnete vor. Aber eben nur kurz. Denn die Physik hat bereits bewiesen, Quanten haben viele Zustände und bewegen sich auf unterschiedlichen Pfaden. Sie können also an mehreren Orten gleichzeitig sein. Und um im Bild zu bleiben, Frau Präsidentin und alle Kollegen wären also gleichzeitig hinter und vor mir und vielleicht links von mir. Und spätestens da sprechen einige von Fiktion, im besten Fall von Science Fiction, aber rebelliert der menschliche Verstand. Professor Harald Lech sagt deshalb zur Quantenmechanik, es sei die Theorie, über die selbst Physiker sagen, man könne sie nicht verstehen, man müsse sie hinnehmen. Und der Mann muss es wissen, er ist Selbstphysiker. Für uns wichtig zu wissen ist aber die Besonderheit von Quanten. Gleichzeitig an mehreren Orten sein zu können, machen sich Quantentechnologien und insbesondere Quantencomputer zunutze. Sie rechnen nicht nur in zwei Zuständen von Null und Eins und können daher komplexe Rechenoperationen rasend schnell lösen. Sie revolutionieren also gerade erneut die Datenverarbeitung. Und anders als bei uns Abgeordneten, mit der Anzahl der Quanten steigt nicht nur die Anzahl der möglichen Kombinationen, sondern auch die Geschwindigkeit, in der diese Lösungen gefunden werden, und zwar exponentiell. Sie sind so potenziell perfekte Code-Knacker oder auch Verschlüsseler. Sie können komplexe Klimadaten in Echtzeit verarbeiten, Verkehrs- und Energieflüsse regeln oder Bildgebungsverfahren revolutionieren. Wir ahnen also, welche Potenziale in dieser Technologie im Bereich digitales Medizin oder Logistik stecken. Und genau deshalb wollen wir hier international führend sein. Deutschland steht bei Quantentechnologien gut da. Ja, wir haben sehr gute Grundlagenforschung. Wissenschaft und Wirtschaft kooperieren in zahlreichen Verbundprojekten. Und es gibt nahezu in allen Feldern, auf allen Technologieplattformen bereits Kooperationen. Aber wir dürfen bei Anwendung und Bau den Anschluss an die Weltspitze nicht verlieren. Deutschland stellt sich deshalb mit diesem Handlungskonzept den aktuellen Herausforderungen. Wir wollen vor allen Dingen drei Ziele erreichen. Zum Ersten mehr Talente in diesem Bereich fördern und gute Forscher, aber auch Unternehmer anziehen. Wir wollen Quantentechnologien öfter in Industrie, aber auch in staatlichen Institutionen in die Anwendung und zum Einsatz bringen. Und wir wollen bis 2026 einen eigenen Quantencomputer bauen. Genau deshalb wird die Bundesregierung weitere drei Milliarden Euro und da, Herr Jasenbeck, durchaus das Doppelte der Summe, die wir zusammen schon auf den Weg gebracht haben, richtigerweise investieren. Und darum kämpfen, als Land bei dieser Zukunftstechnologie vorn mitzuspielen. Unterstützen Sie uns daher bitte auf diesem Weg und lassen Sie Ihre Fantasie gern weiter freien Raum. Vielen Dank. Holger Mann hat hier versucht, das Konzept der Quantenphysik auch noch mal etwas plastischer darzustellen. Auf ihn folgt mir Michael Kaufmann. Er sitzt im Ausschuss für Bildung, Forschung und Technik. Folgenabschätzung für die AfD-Fraktion. Sehr geehrte Frau Präsidentin! Sehr geehrter Staatssekretär Brandenburg! Werte Kolleginnen und Kollegen! Das vorliegende Handlungskonzept Quantentechnologien bietet eine gute Diskussionsgrundlage. Dass Deutschland bei Quantentechnologien noch immer zur Weltspitze gehört, auch bei den Patentanmeldungen, ist eine wirklich gute Basis. Darauf lässt sich zweifellos aufbauen. Bisher sind aber zu viele technologische Entwicklungen, die in Deutschland erdacht und entwickelt wurden, in unternehmerischer, orientierten Weltgegenden zu wirtschaftlichen Erfolgen geführt worden. Und daran sind die politischen Bedingungen in unserem Land mit Schuld. Vermasseln Sie es also nicht! Denn jeder Plan ist nur so gut, wie die Fähigkeiten und Absichten derjenigen, die ihn umsetzen. Damit Ihre guten Absichten nicht womöglich an Ihnen selbst scheitern, hier ein paar Gedanken anstöße. Da ist zum einen das Instrument der öffentlichen Kofinanzierung. Bahnbrechende Ideen dürfen nicht am Geld und mangelnder Risikobereitschaft scheitern. So weit, so gut. Aber wie wird das konkret aussehen? Werden Förderung und Kofinanzierung davon abhängig sein, ob Start-ups und Projektträger auch divers und gendergerecht genug aufgestellt sind? Werden Geldgeber in Deutschland die Bedingungen vorfinden, um Millionen in Start-ups zu investieren und zu verdienen? Begleiten Sie wenigstens diese überaus wichtige Zukunftstechnologie konsequent technologieoffen und frei von jeder ideologischen Vorgabe. Sonst werden Sie es schwer haben, Unternehmen und Forscher im Land zu halten. Wir werden die Umsetzung sehr genau beobachten. Gerade im Bereich der Quantentechnologie stehen wir im harten globalen Wettbewerb um die besten Fachleute. Die gibt es nicht im Überfluss. Darum müssen Sie endlich etwas dagegen unternehmen, das die Höchstqualifizierten in beängstigend großer Zahl Deutschland verlassen. Zwar hat Herr Heil noch gestern in der Regierungsbefragung behauptet, die Fachkräfteabwanderung sei kein Massenphänomen. Doch damit verschleiert er entweder bewusst. Das Problem wurde erst für einen Minister auf geradezu groteske Weise uninformiert. Laut einer Studie des Bundesinstituts für Bevölkerungsforschung haben allein 2021 im Saldo von Auswanderern und Rückkehrern über 64.000 Menschen unser Land verlassen, drei Viertel davon, also rund 48.000, waren Akademiker. Wie wollen Sie angesichts dieser Zahlen unsere Spitzenposition gerade in der Quantentechnologie auf Dauer sichern? Deutschland muss für hochqualifizierte und Hightech-Unternehmen attraktiver werden. Dabei geht es nicht nur um Gehalt, Arbeitsbedingungen und Steuern, sondern vielfach auch um gesellschaftliche Faktoren. Denn längst nicht jeder Wissenschaftler, nicht jeder Gründer mag sich Denk- und Sprechverboten unterwerfen oder der Regulierung und dem Verbot bestimmter Technologien folgen. Und schließlich muss es gelingen, dass sich in Deutschland entwickelte Quantentechnologie am Ende als globaler Standard durchsetzt. Wir begrüßen, dass Sie diese Herausforderung in Ihrem Handlungskonzept erkannt haben. Aber wie stellen Sie sich das vor, wenn unsere Außenministerin weltweit mit der moralischen Inbrunst einer Klassensprecherin auftritt? Die Zeiten sind vorbei, in denen wir uns mit Akzeptanz in der westlichen Welt zufriedengeben konnten. Denn deren prozentualer Anteil an der weltweiten Wirtschaftsleistung nimmt stetig ab. Die Quantentechnologie wird, wenn sie einmal ausgereift ist, im wahrsten Sinne des Wortes ein Quantensprung für die Menschheit und einen grundlegenden Paradigmenwechsel in vielen Bereichen bedeuten. Stärken Sie also zunächst das Fundament, das heute an zu vielen Stellen unübersehbar große Risse zeigt, ehe Sie an die Umsetzung Ihrer durchaus guten Pläne gehen. Dem könnten wir gelassener entgegensehen, wäre diese Regierung nicht von einem moralischen Anspruch bis hin zur Selbstzerstörung beseelt. Das bereitet uns große Sorgen. Vielen Dank. Das Wort hat Dr. Anna Christmann für die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen. Sehr geehrte Frau Präsidentin! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Quantentechnologien, was ist das eigentlich? Die Frage stellen sich wahrscheinlich immer noch viele. Die Antwort ist eigentlich ganz einfach. Es ist wie Lego für Erwachsene. Das ist nicht meine Antwort, sondern das war die Antwort von Stefanie Barz, einer Professorin aus Stuttgart, die mir vor einigen Jahren die Freude gemacht hat, das mal vor Ort anschauen zu können, und zwar einen Aufbau für ein photonisches System, das da zusammengeschraubt war. Es war einerseits ganz anschaulich, andererseits ist es natürlich kaum zu erfassen, was es bedeutet, dass Teile irgendwie gleichzeitig an zwei Orten sein sollen. Fest steht aber, es ist eine Technologie, die eine Schlüsselfunktion haben wird für vieles, was wir brauchen für Anwendungen im Klimabereich, im Logistikbereich, um ressourceneffizienter zu werden. In der Cybersicherheit, in all diesen Bereichen wird diese Technologie zukunftsweisend sein. Deswegen ist es richtig, dass wir sie sehr engagiert vorantreiben. Und wenn wir in die Entwicklung im Bereich Digitalisierung gucken, war das ja nicht immer so einfach, auch für Deutschland und Europa in den letzten Jahren. Wir haben gesehen, Entwicklungen, wo man am Anfang gedacht hat, naja, gut, wie relevant wird das werden. Der Zuse-Computer, 41 zum ersten Mal da. Irgendwie dachte man danach, naja, gut, vielleicht braucht man weltweit so fünf Computer, gab es dann mal so Einschätzungen. Es ist anders gekommen. Und auch das Internet seit 1971 war dann, nachdem es dort nur an 23 Computern zur Verfügung stand, haben wir es heute beinahe überall zur Verfügung. Das heißt, auch wenn Quantencomputer heutzutage noch sehr unförmig aussehen und wir 21 gerade mal einen einzigen Computer in Europa stehen haben, dann ist es trotzdem so, dass die Entwicklung in der Zukunft vermutlich auch noch sehr rasant weitergehen wird. Und es ist wichtig, dass wir diesmal einen Unterschied machen, dass wir ein klares Verständnis haben, auch von europäischer Souveränität und den Anspruch haben, einen eigenen Quantencomputer in Europa zu entwickeln. Und es ist richtig, dass wir dort gute Vorarbeiten geleistet haben. Es war gut, dass in der vergangenen Wahlperiode investiert worden ist, ein Programm aufgesetzt worden ist, das jetzt auch im Handlungskonzept Quantentechnologien sich niederschlägt, zwei Milliarden Euro. Und in der Tat ist es richtig, dass wir hier auch neue Wege gehen in der Technologieförderung, dass wir eben einerseits die Forschung haben, aber andererseits auch die Aufträge haben. Wir geben also Aufträge an Start-ups, die dafür Systeme entwickeln und schauen uns jetzt natürlich diese Entwicklung an. Es ist ja so, dass wir derzeit diese Aufträge vom DLR vergeben. Die Firmen fangen jetzt an, sind unterschiedlich weit und richtig ist. Jetzt ist dann bald der Zeitpunkt, dass man sich anschauen kann, wohin gehen diese verschiedenen Entwicklungen im privaten Bereich, im öffentlichen Bereich. Wir haben deswegen jetzt einen Begleitkreis eingerichtet zu den Quantentechnologieinitiativen mit Expertinnen und Experten. Im Austausch mit denen mit einer scharfen Analyse, was passiert bei uns, was passiert international, werden dann die nächsten Schritte zu gehen sein, damit wir das Ziel 2026 europäischer Quantencomputer erreichen. Und diese Bundesregierung unterstützt das mit aller Energie, die notwendig ist. Anna Christmann war das hier bei den Grünen, hat natürlich auf die Entwicklung hingewiesen. Unter anderem bei Quantencomputern wird man dort schauen, dass sie mit nicht zu einem großen technischen Aufwand betrieben werden müssen. Denn momentan brauchen die zum Beispiel noch ein Vakuum sowie eine Kühlung bis fast zum Nullpunkt. Meine Damen und Herren, manche Entwicklungen der ersten Quantenrevolution wurden bereits angewendet. Laser-, Magnetresonanz-Tomografen, Atomuhren, auch klassische Prozessoren und das Internet nutzen quantenmechanische Gesetze. Quantentechnologien der zweiten Generation präparieren, hat ja Herr Mann schon sehr hübsch erklärt, aktiv einzelne Teilchen in Quantenzuständen und bieten also neue potenzielle Anwendungen. Vor diesem Hintergrund ein Handlungskonzept für Quantentechnologien vorzulegen, ist durchaus richtig und zu begrüßen. Es reiht sich ein in eine ganze Kaskade von Strategien, welche die Bundesregierung ungebremst produziert. All diesen Strategien folgen allerdings einem Ansatz. Und deswegen gilt aus unserer Sicht für alle die gleiche Grundkritik. Sie ist uns zu einseitig technokratisch ausgerichtet und zu fixiert auf Wirtschafts- und Standortlogik. Das greift eindeutig zu kurz. Das muss Bestandteil sein, aber das sozusagen zu fixieren, ist zu kurz. Es findet also kaum Technikfolgeabschätzung statt. Welche Änderungen lösen denn jetzt Quantentechnologien weltweit und im gesellschaftlichen Zusammenleben aus? Ich will das an zwei Beispielen belegen, wie wichtig genau diese Folgenabschätzung ist. Erstens haben wir nicht gerade gesehen, in welchem Tempo disruptive Technologien wie Chat-GPT oder Large-Language-Modelle in unseren Alltag stürmen. Weil alles unabsehbar wurde, forderten Akteure sogar ein halbjähriges Entwicklungs- und Anwendungsmoratorium. Und zweitens, ja, das gilt gerade für Herrn Musk, und zweitens, Quantenalgorithmen könnten gängige Verschlüsselungsmethoden obsolet machen. Das findet sich auch im Handlungskonzept und davon war vorhin auch schon die Rede. Noch im Rahmenprogramm Quantentechnologien von 2018, also es ist nicht die erste Vorlage hier, wurde offen über das Interesse von Sicherheitsbehörden an solchen Entschlüsselungsverfahren geschrieben oder davon berichtet. Herr Brandenburg hatte vorhin schon die Seite des Nutzers. Ich benenne die Seite der Sicherheitsbehörden. Als besondere Interessenten wurden nämlich damals die zentrale Stelle für Informationstechnik im Sicherheitsbereich und natürlich das Verteidigungsministerium benannt. Das ist aus dem neuen Konzept verschwunden, aber doch, liebe Kollegen, sicher nicht, weil die kein Interesse mehr hätten. Wenn sich also technische Grundlagen in Zukunft revolutionieren, dann bedarf es gerade in solch sensiblen Bereichen einer politischen Positionsbestimmung. Und diese fehlt seitens der Bundesregierung in diesem Konzept. Aber wir tragen doch hier die politische Verantwortung für die gesellschaftliche Einbettung des technischen Fortschritts. Wir müssen auf die möglichen Folgen solcher Anwendungen vorbereitet sein. Und wir müssen selbst entscheiden, ob und wo wir diese haben wollen. Am Ende bleibt das Konzept leider nur eine Aufzählung von Förderprogrammen und Forschungsansätzen. So bleibt es leider eine Schreibübung mit folgender Eingabe. Liebes Chat-GPT, schreibe alle zukünftigen Anwendungsfelder von Quantentechnologien zusammen und lass es so aussehen, als ob das alles Verdienst der Bundesregierung sein wird. Danke. Die Kritik von Petra Sitte, der Sprecherin für Forschungstechnologie und Innovationspolitik der Linksfraktion. Oliver Kaczmarek ist auch Sprecher für Bildung und Forschung für die SPD-Fraktion. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, wenn man sich mit Quantentechnologien beschäftigt und versucht, einigermaßen zu verstehen, was es ist, dann ist das ja ein faszinierendes Eintauchen in Anwendungspotenziale und Lösungsmöglichkeiten für die nächsten Jahrzehnte. Da geht es um Computer, die Operationen durchführen können, die herkömmliche Generationen aufgrund ihrer physikalischen Grenzen eben nicht durchführen können. Da geht es um neue Sensoren- und Messverfahren, das ist hier schon angesprochen worden, mit Möglichkeiten der Bildgebung beispielsweise in der Medizin, die uns ganz neue Potenziale eröffnen, auch bei der Bekämpfung von Krankheiten oder bei der Diagnostik vielmehr. Das sind viele interessante Anwendungen. Und wenn man sich das ansieht, wie der Bundestag das diskutiert, dann sollten wir uns vielleicht gemeinsam vornehmen, weniger Leidenschaft und Energie darauf zu verwenden, über Technologien der vergangenen Jahrzehnte zu diskutieren, ich sage jetzt mal Atomkraft oder so, und mehr Zeit und Energie darauf verwenden, auf die Zukunftstechnologien zu gucken und auf deren Potenziale. Und wir haben uns als Ampelkoalition vorgenommen, die Potenziale der Quantentechnologie umfassend zu nutzen. Wir haben das im Koalitionsvertrag auch an drei zentralen Stellen verankert, und ich will die noch mal nennen, weil die sich eben auch alle im Handlungskonzept der Bundesregierung wiederfinden. Wir haben gesagt, Quantentechnologien müssen auch Teil der Digitalstrategie der Bundesregierung sein, im Sinne eines ressortübergreifenden und interdisziplinären Handelns der Bundesregierung. Sie soll dazu beitragen, technologische Souveränität zu sichern, nicht nur bei Hard- und Software, vielleicht auch nur bei Komponenten von Hardware, sondern eben auch bei anderen Technologien, Kühltechnologien und anderes ist hier gerade schon angesprochen worden. Und es geht auch um Datensicherheit, denn Quantentechnologie erzeugt aus sich heraus auch neue Anforderungen an sichere Datenkommunikation und damit eben auch dafür, das Grundrecht der Bürgerinnen und Bürger auf ihre Datensicherheit zu stützen. Wir haben zum Zweiten das verankert im Rahmen der Zukunftsstrategie Forschung und Innovation, genauer gesagt in der Mission 4, wo es um technologische Souveränität und Potenziale der Digitalisierung geht, und damit dokumentiert, es geht jetzt nicht darum, mit der Quantentechnologie einen Leuchtturm sozusagen in eine leere Landschaft zu setzen, sondern einen Leuchtturm zu bauen, ja, das ist richtig, der aber eben eingebettet ist in eine strukturierte Forschungspolitik ist, die sich die gesamtgesellschaftlichen Herausforderungen vornimmt. Und insofern ist es gut, dass wir eben auch hier eine Verbindung zur Zukunftsstrategie und damit zu anderen Missionen und anderen Technologien, zum Beispiel Mikroelektronik, die wir auch brauchen, herstellen. Und zum Dritten haben wir gesagt, das hat auch was mit Wertschöpfung und Arbeitsplätzen zu tun. Vielleicht noch nicht am Anfang, aber auch irgendwann. Technologische Souveränität soll eben auch Teil der Gründungs- und Innovationsförderung sein. Und das ist ja hier vorhin auch schon angesprochen worden, dass wir da eben auch zusätzliche Formate brauchen, um die Zusammenarbeit auch von Akteuren zu sichern und dann am Ende auch Wertschöpfung und Arbeitsplätze zu sichern. Und ich will an der Stelle einmal sagen, ich hatte im letzten Jahr die Gelegenheit, im Forschungszentrum Jülich einen Besuch zu machen, wo ein neues Quantensystem installiert worden ist. Faszinierend eingebettet, auch eben dort in die Forschungslandschaft, weil dort gibt es schon Supercomputing. Und wenn man sich das ansieht und dann sieht, dass Menschen, die auch die Möglichkeit hätten, bei internationalen Großkonzernen zu arbeiten, für ein Vielfaches des Geldes, dann nach Jülich kommen, um dort zu forschen, dann hat das was damit zu tun, dass wir eben dort eine Forschungslandschaft haben, ein Zusammenspiel von Akteuren durch das Forschungszentrum Jülich, durch die RWTH in Aachen, die Rheinisch-Westfälische Technische Hochschule, das DLR ist angesprochen worden und eben auch Partner aus der Wirtschaft, die jetzt schon auch Komponenten beisteuern können. Und ich glaube, ich bin der festen Überzeugung, dass das eine Strategie ist, auch für andere Zukunftstechnologien. Ich sage mal die RNA-Technologie oder Klima- und Geowissenschaften oder innovative Medizintechnik, wo wir eben auch das versuchen müssen, die Strukturen und die Potenziale, die wir haben an Forschungsstandorten zu bündeln, um sie dann auch zu Technologien zu bringen, bei denen wir in der internationalen Spitze mitspielen können. Ich glaube, das muss das Ziel sein. Wir müssen uns bei der Quantentechnologie eben auch etablieren in der internationalen Spitze, deswegen alles dafür tun, dass wir die Potenziale bündeln, attraktive Forschungsbedingungen schaffen und damit eben auch Forscherinnen und Forscher, die uns die Lösungen für die Zukunft liefern, zu unterstützen. Herzlichen Dank. Oliver Kaczmarek war das hier in der Debatte zum Handlungskonzept Quantentechnologien der Bundesregierung. Und nächste Rednerin ist Katrin Staffler für die Unionsfraktion. Frau Präsidentin! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Es gibt ja so gewisse Dinge im Leben, die sollte man einfach nicht machen, weil es nicht sinnvoll ist. Zum Beispiel einen Teebeutel ein zweites Mal ins Wasser tauchen. Wenn Sie das schon einmal gemacht haben, wissen Sie, am Ende kommt dabei ganz sicher kein guter Tee raus. Und genauso verhält es sich auch mit dem vorliegenden Handlungskonzept der Bundesregierung zur Quantentechnologie. Sie haben genommen das Rahmenprogramm der Bundesregierung aus dem Jahr 2018, dazugemischt die Roadmap Quantencomputing aus 2021, und haben dann versucht, wie den Teebeutel ein zweites Mal ins Wasser zu tauchen. Das Ergebnis ist ehrlicherweise ziemlich erwartbar, eher fade und ganz sicher insgesamt unbefriedigend und nicht innovativ. Und ich frage mich, ist das wirklich der forschungspolitische Anspruch der Bundesregierung? Wollen wir denn USA und China an der Stelle das Feld überlassen und uns zufriedengeben mit einem Konzept, das bestenfalls recycelt ist und bei deren Erstellung noch nicht einmal führende Experten mit einbezogen worden sind? Ich habe immer gedacht, Sie wollen die Fortschrittskoalition sein. Für mich klingt das hier eher nach Kontinuitätskoalition. Und ich möchte auf zwei konkrete Punkte eingehen, die mir an der Stelle besonders wichtig sind. Erstens, das Thema ist aus meiner Sicht viel zu wichtig, aber auch viel zu groß, als dass wir es nur national denken könnten. Ja, es ist wichtig, dass wir in Deutschland unsere Ziele definieren, die Maßstäbe und Maßnahmen definieren, die wir machen wollen. Aber wir dürfen noch nicht vergessen, dass wir auch über den Tellerrand hinausschauen. Bislang gibt es viel zu wenige Synergien über die Ländergrenzen hinweg. Was wir brauchen, sind kluge Maßnahmen, die auch immer eingebettet sind in einem europäischen Kontext. Weil wir nur so mit den großen Plänen auf dem Feld mitlaufen können und ihnen die Stirn bieten können. Der Mario Brandenburg hat das erwähnt, das ist richtig. Es steht auch in der Strategie, was dazu drin ist. Es findet sich aber überhaupt nichts Konkretes. Ich bin davon überzeugt, dass wir dazu mehr brauchen. Zweitens, wenn wir das Thema ernst nehmen, wenn wir die notwendige Infrastruktur aufbauen, wenn wir auch die Wirtschaft motivieren können, dass sie mehr investieren, dann müssen wir jetzt auch anfangen, dass wir die neue Generation an Wissenschaftlern ausbilden und dass wir die fördern, weil wir sie brauchen werden. Gerade bei der Quantentechnologie sind Querschnittskompetenzen wichtig. Und die sollten wir, wenn möglich, vielleicht sogar in einem eigenen Studiengang auch vermitteln, weil es meistens eben nicht ausreicht, dass man nur Physiker ist, sondern man braucht auch einen ganzen Strauß an anderen Kompetenzen, zum Beispiel in Computerwissenschaften und in anderen Feldern. Das Handlungskonzept greift das Thema auf, das ist schon richtig, aber aus meiner Sicht greift es viel zu spät in der akademischen Laufbahn an. Auch da brauchen wir mehr und vor allem früher. Liebe Kolleginnen und Kollegen, Deutschland hat in der Quantentechnologie viel vorzuzeigen, auch weil wir in der Vergangenheit schon die richtigen Schwerpunkte gesetzt haben. Jetzt ist es höchste Zeit, dass wir das Thema auf eine neue Ebene heben und im internationalen Wettbewerb Bestand haben. Und da müssen wir jetzt anpacken. Vielen Dank. Die Kritik von Katrin Staffler hier zum Handlungskonzept der Bundesregierung. Auf sie folgt nun Tobias Björn Bacherle. Er ist Obmann im Ausschuss für Digitales von Bündnis 90 den Grünen. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, im Quantenzeitalter. Das klingt eigentlich sehr futuristisch. Ich bin jetzt noch ein bisschen beim Teebeutel hängen geblieben. Meine Teeexpertin der Fraktion meint, einen grünen Tee kann man wohl auch zweimal aufbrühen. Aber das ist vielleicht auch nur das, was zeigt, dass es sich lohnt, eine nachhaltige Dimension immer mitzudenken. Und das gilt natürlich auch bei der Frage Quantencomputing. Aber eigentlich, zumindest bevor es um Tee ging, fand ich, dass diese Debatte auch wirklich Lust auf Zukunft gemacht hat und ein sehr, sehr spannendes Thema angeregt hat. Weil es, glaube ich, für uns wichtig ist, dass wir sagen, okay, es ist eine Zukunftsdebatte, aber die Zukunft, die warten wir nicht ab, sondern die wollen wir eben auch gestalten. Und was heißt gestalten? Da geht es auch wieder um Nachhaltigkeit. Ja, gerade wenn es um die Materialien für Quantencomputing geht, dann sind wir ja schon mit an der Weltspitze, gerade bei uns in Bade-Württemberg, in Stuttgart, in Ulm, in Karlsruhe. Da machen wir richtig mit. Aber, es wurde auch angedeutet, wenn wir ehrlich mit uns sind, dann haben im Gesamtpaket Quantentechnologien die USA noch ein bisschen die Nase vorn. Und wie viele Milliarden die Chinesen da gerade investieren, da wird uns auch klar, die wollen mitmischen. Also, dranbleiben und gucken, dass wir die Spitzenforschung auch in die Anwendung bekommen. Aber, wenn wir von diesen langfristigen Überlegungen sprechen, dann möchte ich auf ein paar Punkte kurz eingehen, die, glaube ich, zeigen, wie wir diese Zukunft gestalten können, wie wir nicht abwarten, dass sie auf uns zukommt. Und der erste Punkt ist die Frage von Verschlüsselung. Wir müssen gucken, dass digitale Privatsphäre, Bürgerrechte, nicht unter die Räder kommen von Quantencomputing, das eben viel leistungsstärker ist. Und aktuelle Encryption, aktuelle Verschlüsselungstechnologien viel einfacher umgehen kann. Deswegen sehr gut, dass die Bundesregierung in ihrem Papier ja auch klar sagt, Postquantenkryptografie, also Kryptografie, Verschlüsselungstechnologien, die auch gegen leistungsstarke Quantencomputer anhält, wollen wir weiter bei uns fördern. Dann ist es ja so, dass beim Quantencomputing eine neue Programmierlogik notwendig wird. Und das, finde ich, ist der Teil, der sehr spannend wird, der aber auch zeigt, wir diskutieren ja gerade noch, wie kriegen wir eigentlich grundlegende Informatikkenntnisse, IT-Kenntnisse und Verständnis für Algorithmen eigentlich in die Breite. Umso wichtiger, dass die Bundesregierung es auch noch mal klar anspricht, Partizipatie für Schulprojekte, aber eben auch darüber hinaus, Menschen sind ja auch irgendwann nicht mehr in der Schule, wir versuchen müssen, mit den Outreach-Konzepten die Breite der Bevölkerung mitzunehmen und ihnen zu zeigen, ja, diese Technologie kann uns wirklich weiterhelfen. So, und ein letzter Punkt. Ich weiß nicht, wie es den demokratischen Fraktionen ging, als hier gerade wieder ganz rechts außen geredet hat. Ich war ganz kurz gebannt, weil ich dachte, was passiert hier gerade? Kriegen Sie es gerade wirklich hin? Sie reden davon, in welchem internationalen Wettbewerb um Fachkräfte wir stehen. Ging dann doch noch mal ganz weit rechts dran vorbei. Aber ich fände es wichtig, dass wir mit dem Fachkräfteeinwanderungsgesetz und anderen Initiativen an den Punkt kommen, dass, wenn ich das nächste Mal mit Quantenbrilliance oder in Zukunft den Start-ups im Quantengarten in Eningen rede, dass die sich nicht mehr beschweren müssen, dass ihre Leute nicht nach Deutschland kommen, weil sie so lange warten müssen, weil es so hohe Hürden sind, sondern dass sie sagen, ja, Deutschland ist ein weltoffenes Land, da habe ich Bock zu forschen, da arbeite ich mit, da gestalten wir die Zukunft. Vielen herzlichen Dank. Die Rede des Obmanns der Grünen-Fraktion im Ausschuss für Digitales. Tobias Björn-Bacherle hat hier auch noch mal darauf verwiesen, wie wichtig es ist natürlich, das Basiswissen auch in der Breite zu vermitteln. Norbert Altenkamp nun für die Unionsfraktion. Meine sehr geehrten Damen und Herren, Ihr Handlungskonzept für die Quantentechnologien, die Sie uns heute nach fast 18 Monaten Regierungszeit endlich vorstellen, ist ein schönes Stück rosa. Sie erklären uns genau, was die Quantentechnologien bald alles können, von der Entwicklung neuer Medikamente über smarte Mobilität bis zur abhörsicheren Kommunikation und den unendlichen Kapazitäten von Quantencomputern. Sie erklären uns, dass wir in der Grundlagenforschung international sehr gut aufgestellt sind, dass Sie bis 2026 dabei helfen wollen, fünf neue Quantentechnik-Produkte auf den Markt zu bringen und einen leistungsfähigen Allround-Quantencomputer zu bauen, dass wir dafür auch ein tolles Quantenökosystem und tolle Fachkräfte brauchen und dass Sie dafür insgesamt drei Milliarden Euro bereitstellen wollen. Alles schön und gut, aber das wissen wir bereits. Denn Sie führen im Grunde ja die Konzepte weiter, die wir in unserer Regierungszeit bereits angelegt und angeregt und zum Beispiel auch aus dem Konjunkturpaket schon anfinanziert haben. Leider klingt das Ganze auch ein wenig lustlos. Ist das vielleicht darauf zurückzuführen, dass Sie im Gegensatz zu uns leider keine Expertinnen und Experten aus der Community für Ihr Konzept zu Rate gezogen haben? Wieso haben Sie auf diese Expertise einfach verzichtet? Ich frage auch, wie genau wollen Sie Ihre richtigen Ziele erreichen und zum Beispiel die Fachkräftebasis stärken, die europaweite Vernetzung der Akteure fördern und neue Brutkästen für Gründer schaffen? Kurz, das ganze Quantenökosystem verbessern. Wo sind Ihre neuen Ideen? Wo wird Ihr Konzept wirklich einmal konkret? Wo ist Ihre spezielle Fachkräftestrategie? Warum vernachlässigen Sie Förderung von Software- und Unternehmensanwendungen? Wieso haben Sie nicht die Gelegenheit genutzt, eine schlagkräftige, ressortübergreifende, ganzheitliche Strategie aus einem Guss aufzulegen? Wieso erlauben Sie, dass Ihr Konzept durch die Konkurrenz zweier Häuser so stark verwässert wird, dass die Parallelprogramme sich gegenseitig behindern und die Effizienz des Konzepts halbieren, Fragen über Fragen, die Sie dringend beantworten müssen, und zwar schnell, denn die Welt wartet nicht auf uns. Aber dieses prosehafte, dieses unkonkrete, ja fast schon schwebende Ihres Konzeptes, das schadet nicht nur dem weiteren Fortschritt beim Quantencomputing, das schwächt ganz besonders auch die Stahlkraft unseres Quantenökosystems. Und was die Gründungen betrifft, wie kann es sein, dass Start-ups wegen der vielen Auflagen und der Pflicht zur Abgabe ihrer IP-Rechte praktisch keine Chance haben, sich an großen Förderprojekten im Bereich Quantentechnologien zu beteiligen? Wie ich aus verschiedenen sicheren Quellen weiß, damit fördern Sie nicht die Innovationen, die wir brauchen, um an die Spitze zu kommen. Sie verhindern diese Innovationen ja geradezu. Sie wollen kein Risiko gehen, um nicht zu scheitern. Und genau deswegen besteht die Gefahr, dass Sie am Ende scheitern. Das wollen und das dürfen wir nicht zulassen. Vielen Dank. Das Wort hat die Kollegin Jevan Rieh für die SPD-Fraktion. Sehr geehrte Frau Präsidentin! Liebe Kolleginnen! Sehr geehrter Herr Staatssekretär! Sehr geehrte Damen und Herren! Bei so einem sehr komplexen, aber faszinierenden Thema ist es natürlich etwas undankbar, ganz am Ende zu sprechen, wenn schon so viel darüber gesprochen worden ist, was alles möglich ist und sogar die Teebeutel mehrmals Erwähnung fanden. Also ich bin hellauf begeistert. Und ich gebe offen zu, dass ich in Schulzeiten nie besonders gut in Physik war. Und genau deshalb kann ich mich noch ganz gut daran erinnern, wie in der Schule das Thema Quantenmechanik dran kam. Und der Physiklehrer nämlich verkündete, dass er in der Quantenmechanik kein einziges der physikalischen Gesetze, die ich mit Mühe und Not eingepaukt hatte, gilt, sondern völlig neue eigene Effekte und Mechanismen. Sie können sich ungefähr vorstellen, wie begeistert ich damals davon war. Seitdem sind einige Jahre vergangen. Seitdem habe ich meinen Frust über den schulischen Physikunterricht einigermaßen hinter mir gelassen. Und ich muss zugeben, dass Quantenmechanik durchaus auch seine faszinierenden und spannenden Seiten hat. Es wurde jetzt mehrmals erwähnt, als kleinste Einheit einer physikalischen Größe können Quanten die Grundlage für neue Technologien sein, die so bedeutend bahnbrechend und disruptiv sein könnten, wie die Erfindung des Internets. Schließlich bringen Quantentechnologien schon jetzt die Informationsverarbeitung auf ein ganz neues Level. Und dort, wo herkömmliche Computer ihre physikalischen Grenzen erreichen, geht die Quantentechnologie noch ein ganzes Stück weiter. Und deshalb ist jetzt schon klar, diese Technologien werden sämtliche Bereiche unserer Gesellschaft verändern. Unsere Gesundheitsversorgung zum Beispiel mit Quantencomputing könnte die optimale Zusammensetzung von Wirkstoffen in Medikamenten individuell berechnet werden. Oder im Bereich der Mobilität Quantenalgorithmen können große Verkehrsflüsse besser steuern und so dafür sorgen, dass alle schneller ans Ziel kommen. In der IT wiederum, es wurde jetzt schon mehrmals gesagt, können unsere Daten mit Quantentechnologien sicherer verschlüsselt und übertragen werden. Viele Möglichkeiten, auch die, die viele Kolleginnen gerade schon genannt hatten, sind aktuell noch Visionen und von der Umsetzung entfernt. Und genau das wollen wir ändern. Deswegen ist es absolut richtig, in dieses wichtige Zukunftsfeld zu investieren, so wie es die Bundesregierung vorhat. Und es ist unser Ziel, Deutschland in den Quantentechnologien vorne in der Weltspitze zu etablieren. Und dafür haben wir schon jetzt die besten Voraussetzungen. Und als bekannte Lokalpatriotin möchte ich natürlich auch noch mal den Supercomputer in Jülich erwähnen, mit seiner enormen Rechenleistung, einer der leistungsfähigsten der Welt. Und an der RWTH Aachen arbeiten WissenschaftlerInnen aus der theoretischen und experimentellen Physik im Exzellenzcluster Matter and Light for Quantum Computing und am Institut für Quanteninformation mit an seiner Weiterentwicklung hin zum Quantencomputer. Mit dem vorgelegten Handlungskonzept der Bundesregierung fangen wir an, das Potenzial von Quantentechnologien in ihrer ganzen Breite zu betrachten. Und natürlich, liebe Unionskolleginnen, haben wir dabei auch die Software im Blick. Im Dokument würden Sie das mal durchsuchen, würden Sie übrigens das Wort auch ganze 16 Mal finden. Vielleicht tun Sie das ja und lesen es noch mal nach. Und das Konzept zeigt insgesamt, dass die Ampelregierung auf Zukunftstechnologien setzt, sie voranbringt und aktiv gestaltet. Und durch die messbaren Mehlenscheine im Konzept sorgen wir auch dafür, dass daraus Realität wird. Vielen Dank. Ich schließe die Aussprache.